Ich hab den Typen angegriffen, aber es scheint überhaupt keine Wirkung gehabt zu haben. Ich finde, 2 gegen 2 ist doch ein sehr fairer Kampf, sagt man, stimmt's? Trommelfeuer der Mehrfachhaus! Hatte ich schon erwähnt, dass mein Bruder und ich uns blendend verstehen? Wir beenden das jetzt auf dem zweiten Level. So ein Mist. Es sah ja eben schon schlimm aus. Nein, vergiss es. Das Risiko ist einfach zu groß. Ich bin ein jämmerliches Herrchen. Ich hoffe, du bist nicht allzu enttäuscht von mir. Akamaru, jetzt! Dynamische Markierung! Schule der Mensch-Tier-Kombinationsverwandlung! Zweikopf-Wolf! Sieht beeindruckend aus, ist aber trotzdem nur ein verwandelter Kläfer. Pass auf, nach links! Sakon, was machst du da? Wir müssen nach rechts! Mist. Perfekt. Wisst ihr, wir reden nämlich schon eine ganze Weile über eine Trennung nach. Das Tor! So ein Mist! Oh! Beine auf! Akamaru! Wo steckt denn der andere? Juhu! Dies ist mein Spezialgebiet! Daraus wird nichts! Du machst nichts selbst! Kampf und Fehlsch, dass es wäre! Du wirst mit mir scheitern! Wo ist der Typ? Der kann sich nicht in Luft aufgelöst haben! Mich zu fassen! Er hat sich runterliegen gelassen! Wir sind immer zusammen gewesen! Und ich hatte versprochen, dich zu beschützen! Ich würde diesen Kampf ja gern zu Ende führen, aber es war Zeit für meinen Schlaf! Er kommt langsam aber sicher näher! Der Typ hat mich doch tatsächlich ausgetrickst! Er hat sich einfach vom Fluss treiben lassen! Ob die weg sind? Das wäre zu schön, was? Wir müssen so schnell es geht verschwinden! Armer Junge! Ich fürchte, mit dieser Verletzung wird er nicht allzu weit kommen! Du hast dich an einen eigenen Geruch gewöhnt! Darum nimmst du ihn nicht mehr wahr! Ich verstehe! Du hast also deinen Geruch mit meinem Mund überdeckt! Ein Marionettenspieler! Sag bloß noch, du bist jetzt ein Verbündeter! Man muss ja euch allen helfen! Hinter dir! Der hat ja wirklich Kraft! Pass auf! Der kann in deinen Körper eindringen und mit dir verschmelzen! Warum dauert das so lang? Ich habe das dumpfe Gefühl, dass dein Jutsu nicht gegen meine Marionetten ankommt! Ihn als Fein zu haben ist kein Vergnügen! Aber als Verbündeter ist der Tut ein echter Hammer! Tut mir leid, ich war unvorsichtig! Ich muss mich ein bisschen an deinem Körper ausruhen, ja? Du bist echt nicht zu gebrauchen! Eigentlich bin ich nicht der, der den Hauptkörper hat! Darum kann ich mich nicht besonders gut bewegen! Die Schwarze Ameise ist als Angriffstechnik nicht geeignet! Sie dient vornehmlich dazu, den Fein einzufangen! Tja, aber die Krähe zusammen mit der Schwarzen Ameise ist eine hervorragende Art, abzugreifen! Und jetzt... ...kommt mein Lieblingsjutsu! Das war's dann! Das war's dann! ...fartier! ...